Wir halten hier mal auf dem Parkplatz eine Rapole-Talsperre an. Den muss man bezahlen. Und wenn man hier auf die Talsperre gucken will, muss man nochmal extra bezahlen. Was kostet das hier? Zwei Euro. Zwei Euro, sagt die junge Frau. Das lohnt sich aber. Pro Person? Ja. Hunde extra? Nein. Gut, das ist gut. Wir gehen das Wagnis ein und investieren vier Euro. Bis jetzt haben wir fünf Euro investiert. Ein Euro Parkplatz. Vier Euro, damit man gucken darf. Wir kommen zum Aussichtspunkt an der Rapode Hauptsperren. Mauer. Nicht schlecht. Oder? Sind wir alle noch da? Ja. Ist der Hund da? Dort steht einer. Der macht Erklärungen. Wofür die zwei Euro. Wir schauen mal, was er spricht. Ja, hier kann man sich was erklären lassen. Wollen wir aber nicht.